Hey Freunde! Ich war den zweiten Part, den hab ich so abrupt abgebrochen, weil ich wieder zu blöd war, auf die Uhr zu gucken. Ah, hier hab ich nicht... Tatsächlich nicht. Ich hab hier wirklich nicht... Oh, eine Kugel, cool. Ich hab hier tatsächlich nicht den Crossbow. Ah, der wär hier echt praktisch gewesen. Aber okay. Aha, hier ist alles dunkel. Ah, Freunde. Ach, schön. Das Spiel geht schön lang, also das ist recht lang, find ich. Und zwar ist das jetzt... Ich hör schon wieder, scheiß Zombies. Jetzt war es das reguläre oder zweite Part. Aber ist ja egal, weil wir hatten noch die Alternativparts. Ähm, drei Stück, glaub ich. Oh, das kommt schon auf fünf. Ah, das ist schon höher als sonst. Find ich persönlich toll. Und ich weiß, dass es noch ein Stückchen weiter geht. Oh, wir sind ja voll Gio und Co. Oh, geil, Mann. Waffenkammer. Hatten wir nicht mal am Anfang sogar Magnum-Munition gefunden? Wie war's so? Äh, okay, da geht's auch weiter. Ja, wir haben Magnum-Munition gefunden, aber wir finden keine Magnum. Hm. Vielleicht war ich wieder zu doof und hab das nicht gesehen. So wie mit dem Crossbow. Da, 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 da. Ja, hier oben ist natürlich nichts. Immer die komplizierten Wege. So ist es hier. Boah. Sollte man ja stecken in den Scheiß-Regal. Nee, oder? Kann es sein, dass wir hier letztes Mal sonst... ...unten lang gegangen sind? Nee, ich glaub nicht, oder? Dann wären wir ja hier hochgekommen. Ist auch Quatsch. Jetzt gehen wir hier ein Stückchen wieder zurück vor heute. Och, nö. Das hätte man sich jetzt echt sparen können, oder was? Was ist denn hier unten? Was ist denn das hier? Ja. Leben? Okay, Leben brauchen wir nicht. Iiiiih, das Ding sieht aus, Mann. Iiiiih, der liegt ja noch daneben. Wird mich voll ekeln. Aber ich glaub, den stört... Boah, den stört wohl nicht mehr so doll. Ah. Boah, das blendet voll. Kratzerraum. Und da oben? Äh, Kumpel hinter dir. Iiiiihihi. Mann. Ich dachte... Ich hab jetzt gerade... Ich dachte, ich zoome damit an, mit der scheiß Waffe. Oh, guck mal, die sitzen ganz brav daneben. Die sind bloß Mügel. Okay, hier geht's lang. Da geht's bestimmt nicht lang. Ich hör schon wieder so'n ekelhaften Beulen-Zombie. Äh, Mann. Ich hasse die. Kann man die nicht gleich ausräuchern mit dem Granatwerfer? Gucken wir mal. Ah, nee, hier ist er nicht. Okay. Ja. Wo bist du, du ekelhaften Schwein? Der atmet schon voll schwerfällig. Warum auch immer er atmen muss. Ja, er muss doch gar nicht atmen. Ist eh doch schon... Keine Ahnung, was... Was halt. Ich dachte, wir müssen noch zu den Zombien. Äh... Okay. Freunde, daran kann ich mich selbst echt nicht mehr erinnern. Wohl doch an diesen riefen Raum. Aber ich glaube, da kommen wir sowieso nicht hin. Boah. Es sind kurze und nicht lange. Und hier? Sinnloser Raum? Ja, sinnloser Raum. Prozent ja was ist es hier festhängt er war wenn ein Krippeliger Freund davor steht hoch ja genau ich bin Doppelschuss abgeteilt und ich jetzt auch noch mehr da haben hihihi Munition, ne, Munition hab ich ge... Ja, von denen, von was ich schon übelst hier hab. Auf einmal. So, ich konnte... Mach hier nicht irgendwas? Hey, ich betraue mich ehrlich gesagt nicht rein. Aber ich werde das machen. Ist ja meine Aufgabe hier. Hihihi. Äh, äh, ii, ii. Aha, Steine, Brett, ein paar Rohre. Ist ein bisschen Industriewasser hier, Kühlwasser, aber... Scheiße, ja, wir tauchen nach Erne und so was. Oh, oh, in so einer Grütze. Hä, hier ist gar nichts? Hier ist echt nichts, Alter. Cool. Voll die Zeit vergoldet wieder. Ich glaub's wird. Dann halt... Da hab ich doch viel gesehen. Da läuft so eine komische, ekelige Kugel rum. Okay, dann gehen wir jetzt halt weiter. Scheißen wir hier drauf. Wieder tote Combines. Äh, kann ich hin? Iiii, ist so doof. Nein, bleib hier. Dass wir dann noch lang müssen. Ich hab Angst. Genau aus dem Grund. Jetzt komm, komm, komm. Ja. Ja. Herrlich. So schön. Ich hab euch durchschaut. Hier ist nichts. Hier geht's runter. Müssen wir... Ey, Freunde. Ich glaub, ich kann bald... Neun... Ich weiß es nicht, aber... Ob es jetzt hier oben lang geht. Ich guck mal kurz hier oben. Ob es hier wirklich weiter geht oder ob es hier nicht weiter geht. Ehh... Ehh... Ey, hier scheint's weiter zu gehen, aber ich guck jetzt mal... Ey, wo kommst denn du hier, mein Freund? Äh, ich guck mal jetzt, ob es unten auch weiter geht. Nicht, dass wir hier wieder zwei Wege haben. Denn... Gibt's schon wieder bald einen alten Part oder was? Das wär's ja, ey. Da muss ich ehrlich sagen, das ist echt innovativ. Aber bestimmt geht's hier unten gar nicht weiter. Ah ja, gut, okay. Geht nicht weiter. So. Ne Kombi-Truhe. Ich denke, wir wären wieder oben lang. So ging's nochmal hoch, hier. Schon wieder vorbeilaufen, Mensch. Ah, diese Shit-Leitern, ey. Diese komischen Physik-Leiter, ey. Die lässt einen immer nicht los. Man kommt nicht ran, richtig. Und man kommt davon noch nicht irgendwie ab. Hä? Über mir? Ja, über... Über mir, ja. Ich weiß ja nicht. Ich mach mal lieber als ich halt selber die schon mal tot. Soll ich jetzt nicht? Ich bin jetzt... Ne, das ist die andere Seite, oder? Ja. Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Ja, okay. Hä? Oh, ne. Oh, ich die hasse, Mann. Ey, kann die am liebsten... Oh, das... Das ist eine Genug-Turhe, um die zu sprengen. Die sind übelst nervig, die Kackviecher. Ja, naja. Lade schneller. Schön. Weiter geht's. So. Oh, oh, oh. Ich darf nicht zurück... Zu weit zurück. Hey. Stopp. Hey, was willst du von mir? Sind die behindert, Mann? Warum haben die mich an den Griffen? Da stammt irgendwas von einem anderen Team. Hä? Verkämpfen die sich schon gegenseitig? Mann. Äh. War hier irgendwas? Ähm. Ach. Komm her, komm her, komm. Oh, zu früh. Höh. Irgendwas war da, Alter. Freunde, habt ihr das gesehen? Der wurde von der Physik gekehrt. Er ist in die Wand gesprungen und wurde tot rausgeschmissen. Iiiiih. Wurde von der Wand aufgegessen und wieder ausgespuckt. Was hat diese komische Kopfkrabel jetzt überlebt? Boom. Ey. Oh, scheiße. Jetzt habe ich keine Schrotmonie mehr. Oh, nee. Das ist schlecht. Wo geht es denn jetzt hier lang? Hä? Okay, hier ist gar nichts. Also muss ich da lang. Oh, lange Gänge. Ist das jetzt hier alles noch Rebellenbasis? Äh, Combinebasis? Das sieht hier schon wieder so merkwürdig aus. Und vor allem, warum haben uns die eigenen Combines angegriffen? Ey, Freunde, das jetzt nicht gespielt ist, weiß ich selber nicht mehr. Oh, was seid ihr für ein Luschen, Mann. Kann ich hier was machen? Ist das kaputt? Äh, geht das hier durch? Gucken. Ne, es geht nicht kaputt. Aber wir kommen da gleich hin. Dann werden wir erstmal zeigen, was in der Hake ist. Oh, mit einer Kugel ist schlecht. Äh, aber ich gehe schon wieder keine Muni? Vorne beschwere ich mich noch, dass ich zu viel habe. So, und jetzt... Oh, habe ich zu wenig. Viele Türen? Sind das Fahrstühler? Ah, ne, hier geht es runter. Aber ich glaube, das würde ich nicht überleben. Ähm, ja. Ich gehe jetzt einfach mal... Ich nehme den Fahrstuhl. Gibt es hier auch wieder zwei Wege? Ey, das muss ich testen, Freunde. Ja, so kann das sein, dass es wieder einen Alternativ-Videoweg gibt. Ich muss das mal dann Background testen. Ah, aber ich glaube nicht, weil das ist eigentlich die normale... Ja, ja, dann kommt es hier wahrscheinlich hier nur aus. Gut, okay. Ne, denn, das ist cool, ja. Mann, Alter, das geht noch so lang, ey. Wenn ihr wisstet, das geht noch übelst lange. Cool. Ne, gut. Ähm. Ah, das war jetzt... Open, Close, Roof. So, das war jetzt das. Was war das? Das war auch irgendwas. Das waren beides irgendwelche Tore, die man öffnen musste. Ah, aha. Das war immer blöd gewesen. Das war irgendwie so ein komisches Gehampeln mal hin und her. Und, wow. Ach ja, das Tor und das Tor, glaube ich. Und hier auch. Ah. Ist hier irgendwas? Ey, tatsächlich. Das war jetzt nur zu erwarten. Hm. Toll, das war's. Ey, ich bräuchte mal vielleicht nochmal Aluminium. Das geht mir hier alles mal ein bisschen aus, langsam. Coole Tore, oder? Finde ich total fesch, irgendwie. Hm. Das sieht schon irgendwie komisch aus, Freunde. Raketen? So, wie war haben das jetzt hier gewesen? Ähm. Woher hingeht. Activate Security. Activate Security? Hä? Hab ich da irgendwas vergessen? Das ist bestimmt das Tor hier. Oder was? Das ist jetzt müllig. Aber wir haben ja zum Glück. Boah, lass mich nur, du Kackviech. Ach, das ist Security. Oh, Leute, ist schon dauernd. Ja, irgendwie die scheiß Bälle habt ihr keine mehr Schaum. Das war, ihr Kackviecher. Okay. Das war's. Haben wir gewonnen. Schon. Mann, das ging aber auch schnell. Ey, was willst du von mir machen? Die sind auf einmal alle gegen mich hier. Das hab ich ja jetzt schon wieder getan. Ey, ich hab keine Ahnung. Ich hab die aber nicht angeschossen oder so. Hm. Hm. Ja, keine Ahnung. Oh, Leute, das war der einzigste Überlebende hier. Von den ganzen Krüppeln. Oh, hier liegt ja beides tot herum. Oh, nein. Nein, nein. Hey, hallo. Was war denn das? So ein Scheiß. Fährt der Fahrstuhl ohne mich weiter. Ich dachte, da geht die Tür auf. Was soll das sonst immer so? So. Okay. Äh. Oh, nee. Oh, nee. Das ist schlecht. Aber ich wollte hier gerade Schluss machen. Oh, ich hab keine Muni. Ey, Alter. Drück hier. Geh doch mal zu, du... Ey. Okay, Freunde. Ich mach jetzt ja erstmal Feierabend, ja? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.